Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute das Angebot des Wettanbieters Letbrokes vorstellen. Dazu möchte ich euch zeigen, wie man ein Konto erstellt, erstmalig Geld darauf einzahlt und eine Wette platziert. Über unser Vergleichsportal www.sportwettenvergleich.net und den dort hinterlegten Link werdet ihr direkt auf den Internetauftritt des jeweiligen Wettanbieters weitergeleitet. Wie ihr auf der Startseite erkennen könnt, braucht es nicht viel, um eine erste Wette zu platzieren. Anmelden, Einzahlen, Wetten. Das sind die drei Schritte, die ihr durchlaufen müsst. Beginnen wir also durch Klicken des Buttons Anmelden, der euch unten rechts angezeigt wird. Das sich nun öffnende Formular ist im Grunde zweigeteilt. Hier auf der linken Seite tragt ihr zunächst eure persönlichen Daten, wie zum Beispiel euren Namen, euer Geburtsdatum oder aber eure Adresse ein. Auf der rechten Seite wählt ihr einen Benutzernamen und ein Passwort aus, legt eine Sicherheitsfrage fest und die von euch bevorzugte Währung und fahrt dann mit dem Anwältevorgang durch Akzeptieren der AGB fort. Ja, hervorragend. Bereits nach wenigen Klicks ist unser Kundenkonto erstellt. Was nun noch fehlt, ist ein Guthaben auf unserem Konto, um erstmalig eine Wette platzieren zu können. Deshalb leitet euch der Anbieter in einem nächsten Schritt direkt in den Einzahlungsbereich weiter. Hier steht euch eine große Palette unterschiedlichster Zahlungsdienstleister, wie zum Beispiel die gewöhnliche Banküberweisung, die Option Sofortüberweisung, Visa-Cards, Grill, Mastercard, Nettele und einige andere zur Verfügung, um erstmalig Geld auf euer Konto einzuzahlen. Ich entscheide mich nun für die Variante per Mastercard und zahle 10 Euro auf das gerade eben erstellte Konto ein. Dazu trage ich zunächst die Daten meiner Kreditkarte ein und bestätige dann durch Klicken des Buttons weiter. Nach erfolgreicher Eingabe meiner Kreditkartendaten steht uns unser Guthaben sofort zur Verfügung und wir können uns nun auf die Suche nach einer geeigneten Wette machen. Wechselt zurück auf die Startseite des Anbieters und loggt euch, wenn ihr nicht schon eingeloggt seid, in das gerade eben erstellte Konto ein. Hier könnt ihr auch nochmal überprüfen, ob eure Einzahlung erfolgreich war, indem ihr hier oben auf den Button Balance Show klickt und wie ihr seht, war in unserem Fall die Einzahlung von 10 Euro erfolgreich. Ihr könnt natürlich das auch wieder verstecken über Hyde, wie euch das besser gefällt. Es gibt nun sicherlich zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, nach Wetten zu suchen. Ich persönlich möchte euch die Kategorieleiste auf der linken Seite vorstellen, hier etwas weiter unten. Unter All Sports listet euch der Anbieter alle Sportarten auf, zu denen ihr euch Wetten anbietet, also zum Beispiel Baseball, Basketball, Football, Eishockey und viele, viele mehr und ihr habt die Möglichkeit euch eben Wetten sortiert nach diesen einzelnen Kategorien anzeigen zu lassen. Da ich euch heute zeigen möchte, wie man auf ein Spiel der ersten Fußball-Bundesliga wettet, wähle ich zunächst hier die Kategorie Football aus und lasse mir dann die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga vom kommenden Spieltag anzeigen. Mir werden die entsprechenden Spiele nun hier auf der rechten Seite angezeigt. Ich habe die Möglichkeit, mir in aller Ruhe eine interessante Paarung herauszusuchen. Zum Beispiel hier gerade morgen, also tomorrow, Hamburg gegen Stuttgart. Hier habe ich die Möglichkeit, auf einen Heimsieg, auf einen Unentschieden oder aber auf einen Auswärtssieg zu wetten. Daneben stehen jedoch noch zahlreiche Zusatzwetten zur Verfügung, die man sich anzeigen lassen kann, indem man hier auf die kleine Zahl am Ende jeder Paarung bei uns die 89 klickt. Machen wir das einfach mal beispielhaft. Ja und wie ihr seht, könnt ihr hier unterschiedlichste Wetten eingehen. Zum Beispiel könnt ihr hier auf ein korrektes Ergebnis wetten. Ihr könnt wetten über Untertore, das heißt fallen zum Beispiel mehr als 1,5 Tore, oder weniger als 1,5 Tore oder ihr könnt einen genauen Torschützen auswählen und vieles, vieles mehr. Ich persönlich entscheide mich jetzt jedoch für einen Heimsieg von Hamburg und wähle deshalb das entsprechende Spielereignis hier oben aus. Auf der rechten Seite wird mir nun direkt mein aktualisierter Wettschein angezeigt und wir sehen meine ausgewählte Paarung Hamburg gegen Stuttgart. Außerdem kann ich hier meinen Einsatz eintragen, zum Beispiel 4 Euro und durch Klicken des Buttons Place Bet den Wettschein abgeben. Machen wir das auch kurz. Ja und wie ihr seht, es dauert nicht mal eine Sekunde und uns wird angezeigt, dass der Wettschein erfolgreich platziert wurde. Es ist also kinderleicht, eine Wette bei Letbrokes zu platzieren. Neben den klassischen Sportwetten hat der Anbieter aber auch noch andere interessante Bereiche zu bieten, die ich euch ebenfalls gerne zeigen möchte und die ihr über die Menüleiste hier oben auswählen könnt. So zum Beispiel einen Casino-Bereich, einen Casino-Bereich mit Live-Dealern oder aber einen Poker-Bereich. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kurzen Einblick in die Möglichkeiten bei Letbrokes erhalten können. Wenn ihr den Anbieter gleich selbst ausprobieren möchtet, klickt einfach auf den folgenden Link. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei. Klicken Sie auf das Logo im Bild, um zum Wettanbieter zu kommen. Klicken Sie auf das Logo im Bild, um zum Wettanbieter zu kommen.